Hallo zusammen, ich bin Atta und wie man unschwer erkennen kann, komme ich aus der Stadt Bochum. Bochum ist so viel mehr als Herbert Grönemeyer, der Bergbau, Stau oder die Ruhr-Universität. Bochum ist einfach eine große Familie, die sich auf der Kastauper Straße, auf der Königsallee, in der Innenstadt oder eben an der hässlichen Ruhr-Universität begegnet. Und ganz wichtig an Bochum ist das Bochumer Schauspielhaus, in dem ich damals angefangen habe zu schauspielen und meine Leidenschaft glücklicherweise bis heute durchziehen konnte. Ich freue mich jedes Mal nach jedem Schultag hier an der FAS, wenn ich wieder nach Hause fahren kann, egal ob ich eine Stunde mit dem Auto, durch Stau oder eben zweieinhalb Stunden mit dem Zug fahren muss. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Ortsschild sehe und kann nur sagen, ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Und deswegen gehe ich jetzt ins Stadion. Stadion.